Ja, das waren die Fierce Fidget Spinner Im Test aus diesem Amazon Mystery Paket Also ich hatte da vollkommen meinen Spaß mit Leute, für 10 Euro macht euch den Spaß Könnt ihr ruhig bestellen Ich habe jetzt meins für 8 Euro und noch ein paar zerquetschte Obwohl ich 10 Euro bezahlt habe Da habe ich wahrscheinlich noch ein paar Prozente Rabatt gekriegt oder so Aber das ist der Spaß echt wert Also ich sage jetzt Tschüss Ich sage jetzt Gute Nacht Euer Flohmarktmaster Tschüss